hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video meiner atari reihe ja wie ihr uns schwer erkennen könnt habe ich mich meines raubvogels den felken 030 mal wieder angenommen und ja ein paar dinge auf der to do liste abgearbeitet die noch abzuarbeiten waren das war zum einen der noctur lüfter der neue den hatte ich ja als provisorium hier oben in dem bereich gehabt wie ihr hier seht den habe ich jetzt hier unten ja eigentlich vorgesehene position eingebaut und den alten krawallmacher endlich mal rausgeschmissen musste die beiden löcher muss ich nur aufbohren weil noctur relativ dicke schrauben verwendet für seine lüfter selbst bei diesen kleinen aber gut passt genau da rein ist einen kleinen tick dicker als der original lüfter aber erragt nicht über die lötstellen auf der unterseite hinaus also ich sehe da kein problem nachher beim einbau so und wie die platine jetzt hier auf dem tisch liegt ist der so unhörbar leise also selbst nur ein ohr drauf liegt hört man doch nichts klar wenn er natürlich wieder mit dem blech und den gehäuse verschraubt das hat er wieder eine gewisse geräuschkulisse aber war weit natürlich nicht so wie das original was hat damals verbaut hat der zweite punkt den ich erledigt habe das ist ein durchaus interessanter über den ein user des deutschen atari home de forums gestolpert ist und zwar dieser kondensator hier oben der c6 das ist ein elko der ist bei seinen felken geplatzt da hat sich auf der positiven seite praktisch die kappe gelöst gott sei dank ist kein elektrolyt ausgetreten also seine platine ist ganz geblieben ja wieso warum das ganze weil atari da schlicht und ergreifend ein schaltplan fehler unterlaufen ist nach schaltplan ist hier ground was auch richtig ist und hier oben ist plus die markierung so würde bedeuten hier oben liegt positives potenzial an gegen ground alles wunderbar richtig aber die tücke an dem detail ist hier oben liegen minus 12 volt an so das heißt das positive potenzial ist in dem falle ground so wenn man mal elektronik grundkenntnisse wieder ein bisschen rauskramt ein elko sollte immer mit seiner positiven seite auf das positive potenzial aufzeigen schlicht und ergreifend muss dann die positive seite richtung ground zeigen so wie es auch hier bei dem c67 passiert ist der ist richtig um eingebaut wie ihr auf dem bild seht dort liegen nämlich auch minus fünf volt an in dem fall aber auch halt minus potenzial gegen ground naja hat atari schlicht und ergreifend übersehen ist jetzt in allen felgen so eingebaut worden und scheint eigentlich auch ein unkritischer fehler zu sein beide bereiche haben mit der seriellen schnittstelle zu tun so an der hatte ich ja sechs sieben jahre lang mein modem betrieben ohne dass ich da irgendwelche probleme gehabt hätte und mir ist eigentlich auch kein anderer fall bekannt bei dem der c6 kondensator mal geplatzt wäre kann natürlich sein dass es bei den ein oder anderen user tatsächlich der fall gewesen ist ohne dass man es mitkriegt aber ich glaube in einem in den meisten felgen es wird er noch in ordnung sein aber man muss den fehler ja nicht provozieren und deswegen habe ich den elko ausgelötet und neuen richtig rum wieder eingelötet thema erledigt hat man ruhigeres gefühl auch gut der dritte punkt auf meiner to do liste der steht noch aus das wird ein etwas größeres projekt werden und da ja da gehe ich noch mal einen gesonderten video darauf ein und zwar ist als die sogenannte audiomod die c-lab die die felkons damals ja aufgekauft haben die restlichen einer platine vorgenommen hat und die haben den mikrofoneingang und den kopfhörerausgang ja line level gerecht um modifiziert um das mal so auszudrücken das heißt aus dem mikrofoneingang ist ein line in geworden aus dem kopfhörerausgang ist ein line out geworden so dazu müssen auf der rückseite etliche smd komponenten ausgetauscht werden pipapo aber wie gesagt das geht noch in einem gesonderten video darauf ein wird ein interessantes projekt werden noch gut das soll es dann auch für heute erstmal wieder gewesen sein und dann sehen wir uns hoffentlich in einem meiner nächsten videos bis dann ciao